Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 30. Juni. Wir schreiben die Geek Talk Daily 151 und ich habe ein paar kleine wenige Themen für euch mit dabei. Zum einen Amazon Music, dann Jolla Sailfish, dann ein Happy Birthday in Richtung iPhone, Alcatel, nochmal ein bisschen was vom iPhone-Hersteller spricht, der iCloud und dann Okja. Beginnen wir bei Amazon Music. Ihr besitzt ein Prime-Abo und oder möchtet das noch tun, dann seid ihr vielleicht auch interessiert im Streaming von Musik. Wenn ihr da noch nicht schon irgendein Probe-Abo gehabt habt oder sonst schon mal bezahlt habt für den Dienst, sprich, ich rede jetzt von Amazon Music Unlimited, dann könnt ihr das Ganze während vier Monaten für 99 Euro-Cents tun. Eine coole Aktion und gleichzeitig möchte ich euch natürlich auf den Prime-Day aufmerksam machen, der schon nächstens starten wird. Sprich, am 11. Juli wird es ja dann soweit sein. Gehen wir zum nächsten Thema über. Ich habe euch, glaube ich, war das diese Woche, schon mal davon berichtet, dass Jolla, da mein Crowdfunding-Projekt, was irgendwie schiefgelaufen ist, ja, das Tablet, was es mich nie erreicht hat und da habe ich ja gesagt, Jolla möchte ab Juli Geld zurückbringen, wenn was reinkommt per Zufallsprinzip an seine Investoren und sowas ist jetzt passiert oder wird oder könnte passieren. Zumindest an der MWC wurde ja vorgestellt, dass Sony und Jolla eine Kooperation eingehen. Da war natürlich die Hoffnung groß, dass bald ein Jolla oder ein Sailfish-basiertes Smartphone auf den Markt kommt. So ist dann doch nicht ganz, die Smartphones von Sony kommen nach wie vor mit Android ausgeliefert. Man kann aber, wenn man möchte, dieses Sailfish-OS im Nachhinein drauf installieren. Ich habe noch zwei solche Sony-Boliden rumliegen. Wir hatten es gerade in der News-Folge vom Geek Talk mit den zeitlich anliegenden Touch-ID-Geschichten und da werde ich das sicherlich mal ausprobieren, wenn sich die Möglichkeit bietet. Happy Birthday, wie vorhin schon gesagt, Einrichtung des iPhones. Nämlich genau gestern, nicht mehr heute, am 29. Juni 2017 wurde das iPhone geboren oder da kam es in den Verkauf, zumindest in den Staaten. Eine bewegende Geschichte, es hat sehr viel bewegt, es hat sicherlich auch euch einiges getan, oder bewegt, besser gesagt. Falls ihr da eine spezielle Geschichte habt, dürft ihr die natürlich gerne mit uns über die Kommentare, über das Kontaktformular oder über Social Media mit uns teilen. Es ist ein neues Windows 10 Mobile Phone auf den Markt gefallen. In den Staaten gibt es es schon länger, jetzt endlich auch in Deutschland. Schweiz muss ich noch nachschauen, ob es auch verfügbar ist. Ich rede von Alcatel, dem Idol 4 Pro. Alcatel, ich mag mich erinnern, damals 1996, wo ich mein allererstes iPhone gekauft, äh iPhone, mein allererstes Telefon gekauft habe. Das war noch ein Sack teures, damals 680 Währungseinheiten, also Schweizer Franken, für ein Nokia. Das war das erste mit Taschenrechner drin und Kalender, also so ein richtiges Business-Telefon. Braucht man natürlich als Bäcker, Konditor. Die Alternative, deshalb jetzt schliesse ich der Kreis wieder, wäre gewesen, ein blaues oder ein knallrotes Alcatel-Smartphone, aber nicht Smartphone-Telefon, damals noch nicht mit Akku geladen, sondern da passen 2 oder 3 AA-Batterien rein. Damit wurde das Ganze auch betrieben. Das war mir dann ein bisschen zu speziell und ja, Umwelt und so weiter, muss nicht sein. Aber ja, Alcatel gibt es noch und eben Windows-Phones neben ihren Endreaden machen sie auch noch. Bei Apple gab es anscheinend einen Ausfall oder wie gewisse Medien titeln, massiver Ausfall der iCloud. Zumindest das Backup-Geschichte hat, die Backup-Geschichte hat nicht mehr funktioniert. Das automatische Backup im Hintergrund kann ich bei mir nicht nachempfinden, weil laut meinen Einstellungen, ja, genau wurde heute um 11 Uhr morgens das letzte Backup gemacht. Also bei mir funktioniert und hat es auch die letzten Tage funktioniert. Ich musste ein bisschen rumbasteln und habe das ein bisschen im Blick gehabt. Also somit nicht alle hat es betroffen, zumindest. Heute Abend habe ich noch ein bisschen Netflix geschaut und dabei wurde ein Film beworben. Okia, das ist ein asiatischer Film, amerikanisch-asiatisch, der von, ja, geht ein bisschen in Richtung Zukunft und wo sich die Menschheit wahrscheinlich leider hin entwickeln wird. Ein sehr, sehr eindrücklicher, rührender und auch trauriger Film, wenn man bedenkt eben, was die Geschichte so mit sich bringt. Aber weshalb spreche ich jetzt über den Film? Ganz einfach. Der Okia-Film ist der erste Film in Netflix drin, der eine native Dolby Atmos-Geschichte unterstützt, also einen Dolby Atmos-Ton integriert hat, den er auch ausspielen kann. Das klang natürlich für mich doof, weil seit kurzem habe ich einen Fernseher, der Dolby Atmos kann, also direkt im Fernsehen integriert. Zum Testen bei mir, dazu ein anderes Mal mehr, das Doofe ist nur, dieses Ding funktioniert eigentlich nur, wenn ihr eine Xbox habt oder eine Xbox One S und darüber Netflix schaut, weil das ist der einzige Player, der das Software technisch umsetzt und eben daran muss dann noch ein Sound-Device hängen, was das Ganze unterstützt, sprich ein Dolby Atmos-Device. Mal schauen, vielleicht werde ich meine Xbox One mal vom Büro hochnehmen und das Ganze am Fernseher anschliessen und dann ausprobieren. wäre sicherlich ein Versuch wert, weil, ja, macht Spass, Dolby Atmos klingt wirklich cool. Aber ja, das waren die News eigentlich schon für den heutigen Tag. Freitag genießt den Tag, denn ihr dürft nachher nicht mehr arbeiten, also die meisten wahrscheinlich von euch, denn ihr müsst in dieses Wochenende gehen. Öde, träge, frei und so. Nee, Quatsch. Genießt es. Ja, euch einen erfolgreichen Tag und wie immer, bis zum nächsten Mal. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.